Unser Projekt hat sich sehr positiv entwickelt. Wir haben eine sehr große Resonanz durch den Preis auch erfahren. Wir waren schon davor sehr beliebt in Essling, muss man sagen, aber jetzt haben uns eigentlich noch mehr Leute wahrgenommen und wir haben noch mehr Freunde auf Facebook zum Beispiel oder auch so echte Freunde, also Unterstützer und auch Förderer nochmal binden können, zu sagen, ja, das ist das richtige Projekt, das ihr hier macht in Essling. Klar hat man natürlich selber Kontakte zur Presse, ist selbst im Projekt tief verankert und hat viele Kontakte, aber Land der Ideen und Deutsche Bank verstärken mit diesem Preis einfach nochmal die Aufmerksamkeit auf das eigene Projekt und bei der Bewerbung einfach gut herausarbeiten, was das Besondere am eigenen Projekt ist. Dann wird es schon klappen.